Die Löwen, sie haben Macht, Erfolg und Geld. Fünf Millionen schwere Investoren gehen gemeinsam auf die Jagd nach den besten Geschäftsideen. Herzlich willkommen. Bei mir können Kunden einen persönlichen Song kaufen. Eine Lackierhilfe zum Lackieren der Nägel im French-Style. Der Hundeschlafsack für unterwegs. Wenn eine Idee nicht überzeugt, zeigen die Löwen ihre Krallen. Hört auf. Ihr seid überhaupt nicht gut vorbereitet. Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg. Ich bin raus. Aber wenn Sie ein gutes Geschäft wittern. Wir möchten ein Angebot machen. Dann beißen Sie so richtig zu. Wir bauen ein Riesenunternehmen. 100 Prozent. Neu bei Vox. Die Höhle der Löwen. Ab 19. August.